Im ersten Abschnitt schauen wir uns die vielleicht einfachsten abstrakten Datentypen an, Stacks und Queues. Zum Begriff erstmal, was ist ein abstrakter Datentyp im Vergleich zu einer Implementierung oder hier einer Datenstruktur. Ein abstrakter Datentyp sagt nur, welche Operationen gibt es und wie verhalten die sich, aber es sagt nicht, wie die implementiert werden. Es fehlen sozusagen die Algorithmen und es fehlt auch, was Teil einer Datenstruktur ist, nämlich wie die Daten gespeichert werden. Das ist ungefähr das, was man in Java mit einem Interface bekommt. Es fehlt so ein bisschen die Semantik. Also ein Interface ist ja nur rein syntaktisch eine Klasse muss Methoden mit dieser Signatur implementieren. Was die dann tun, kann ich höchstens vielleicht aus dem Java-Doc irgendwie ablesen. Aber es ist das nächste, was wir haben. In Python gibt es was ähnliches. Diese Abstract Base Classes ist in Python ein bisschen esoterischer, benutzt man nicht so oft, aber gibt es. Eine Datenstruktur dagegen sagt ganz genau, wie die Daten repräsentiert werden, legt genau fest, welche Algorithmen verwendet werden, um die Operationen auszuführen und kann deshalb zum Beispiel auch analysiert werden. Wie viel Speicher braucht sie, wie lang brauchen die Operationen. Und das entspricht natürlich dann einer konkreten Klasse. Soweit erstmal zur Unterscheidung. Warum machen wir die Unterscheidung? Algorithmen sind am Ende vom Tag der ultimative wiederverwendbare Code. Das ist auch das Ziel im Software Engineering in der Regel, dass man kompakte Bibliotheken schafft, die man immer wieder verwenden kann, aber nur einmal schreiben muss. Wenn ich perfekt gegen ein Interface programmiere, dann kann ich die Implementierung austauschen, ohne dass der, der das Interface benutzt, davon irgendwas mitbekommt. Software-Ingenieure nennen das dann Drop-In-Replacements. Aber effektiv ist es einfach nur eine andere Implementierung für einen abstrakten Datentyp. So sagen die Theoretiker dazu. Ist eine alte Idee und hat sich einfach durchgesetzt, etabliert oder bewährt im Programmieren von großen Systemen. Es hat noch einen zweiten netten Nebeneffekt. Man kann manchmal für einen allgemeinen abstrakten Datentyp untere Schranken beweisen, sprich Unmöglichkeitstheoreme, die sagen, besser als so und so kann es nicht gehen. Und das ist halt wertvoller, als für eine konkrete Datenstruktur nur die Analyse zu haben, wo wir ja nie wissen, vielleicht ist ja jemand clever genug, die zu verbessern. Da kommen wir auch nochmal drauf zurück und die Zahl stimmt definitiv nicht mehr. Das ist ja diese. Okay. Ich möchte noch mit dem Bild eine kleine Warnung aussprechen. Manchmal, aber nur manchmal, ist diese Trennung strikt in den Interface und Implementierung auch eine Fußfessel, ein Klotz am Bein. Denn manchmal ist das, was wir eigentlich haben, flexibler als das, was das Interface anbietet. Das soll der Gartenschlauch da darstellen. Also ich habe hier sowas, das sieht aus, als könnte ich nur Wasser an- und ausdrehen und dann da meine Gießkanne füllen. Während ich eigentlich, wenn ich dieses Interface da mal ignoriere, hätte ich auch einen ganzen Schlauch, den ich irgendwo in den Garten ziehen kann. Also manchmal versteckt das Interface Möglichkeiten, die eine konkrete Datenstruktur bieten würde, aber durch das Interface kann ich die nicht mehr benutzen. Nach so Sachen muss man manchmal Ausschau halten. Das ist der Grund, warum wir Ihnen nicht nur die Interface beibringen und sagen, vergessen Sie die Implementierung, hat schon irgendein Profi für Sie erledigt. Sie benutzen einfach die Bibliothek. Das ist der Grund, warum wir Ihnen die Implementierung beibringen, damit Sie im Zweifel den Schlauch hier rausziehen können und gießen können ohne Gießkanne. Metapher überstrapaziert, aber vielleicht bleibt es so ein bisschen hängen. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal gucken, welche von denen Sie schon kennen. Da ist eine ganze Liste, das soll keine Fangfrage sein, das ist relativ schnell. Liste, das soll keine Fangfrage sein, das soll keine Fangfrage sein, das soll keine Fangfrage sein können. Jetzt haben wir die Antworten auf dem Bildschirm. Neun Leute haben schon, ich warte mal wieder auf die 13, 14. Sehr gut, haben wir schon fast. Eine, einer noch. 15, yay! Okay. Sie sehen ja, was ich markiert habe. Hier gerade zurück. Also, ADT ist nur die Abkürzung für Abstract Data Type. Stacks und Decks sind welche. Das hier sind Datenstrukturen, keine Abstract Data Types. Gleiches gilt für die hier. Und ja, Hashtable, da kann man sich vielleicht drüber streiten. Für mich ist es eine Datenstruktur. Der abstrakte Datentyp wäre eben Dictionary oder Symbol Table. Kommen wir noch dazu. Ja. Ja, man kann sich wahrscheinlich drüber streiten. Für mich ist der abstrakte Datentyp da Priority Queue. Ich gebe Ihnen recht, dass die Literatur da nicht immer ganz sauber trennt oder vielleicht diese Unterscheidung nicht so überall drin ist. Manchmal wird Heap auch als der abstrakte Datentyp genommen. Ganz streng genommen, wenn man historisch danach geht, dann war Heap tatsächlich genau nur der binäre Heap als Array. Während jetzt, wenn jemand überhaupt Heap allgemeiner benutzt, dann würde er auch alle möglichen Heap geordneten Bäume einbeziehen. Aber ich überspringe schon Zeug. Ja, hängen Sie sich nicht dran auf. Da soll die Welt jetzt nicht dran untergehen. Klausuraufgaben würden hoffentlich tiefer gehen als nur so eine Liste von Begriffenabfragen. Insofern, wenn Sie da in einem Nebensatz erklären, was Sie meinen, dann passt das schon. Okay, da das viele kennen, mache ich ein bisschen schneller. Stack ist diese Abstraktion. Ich habe einen Stapel, ich kann Dinge oben drauflegen, ich kann das oberste runternehmen und das war es im Wesentlichen. Wir können Stacks implementieren durch eine verkettete Liste. Also wir merken uns einen Pointer Top, der zeigt auf irgendein Element. Und jedes Element merkt sich in einem Pointer, wo ist mein Nachfolger unter mir im Stack, bis eventuell der letzte einen Null-Pointer hat. Hier ist die Implementierung in so einer Art Python, naja, ist mein Pseudocode, angegeben. Push macht eben ein neues Objekt mit dem Nachfolgezeiger auf das bisherige Top. Top, Pop holt das oberste Element runter, lässt Top auf das da drunterliegende zeigen. Und das ist im Wesentlichen alles. Einfach, easy peasy. Das funktioniert im Wesentlichen auch gut. Wir können alle Operationen in Worst Case Konstantzeit implementieren. Wieder angenommen, ich kann in Konstantzeit so ein kleines Objekt von einer verketteten Liste anlegen. Das ist aber auch nicht unrealistisch. Und ich brauche linear viel Platz für linear viele Elemente. Also wenn ich N Elemente auf dem Stack gerade speichere, brauche ich Theta von N Speicherplatz. Wenn ich es genauer wissen will, ich brauche den Platz für die Elemente plus einen Pointer jeweils. Das ist auch so ein bisschen der einzige Nachteil. Ich verschwende halt einen Pointer pro Element. Und man könnte überlegen, ob man das vielleicht besser machen kann. Natürlich kann man es auch besser machen. Wenn man also keine Pointer möchte, muss ich eben die Elemente irgendwie kompakter speichern. Und ich kann das zum Beispiel in einem Array machen. Die einfachste Variante ist, ich habe ein Array einer festen Größe. Ich male den mal so hochkant, dann ist das mit dem Stack irgendwie intuitiver. Die untersten so und so viele Elemente sind vielleicht belegt. Dann habe ich wieder einen Pointer top, der mir auf den obersten Index zeigt, der noch belegt ist. Das funktioniert soweit ganz gut. Ich kann ein neues Element oben drauflegen und top entsprechend eins nach oben bewegen. Ich kann eins nach unten bewegen, das ist pop. Ich habe natürlich das Problem, da das Array, was ich hier angelegt habe, eine feste Größe hat. Wenn ich zu viele Elemente auf dem Stack habe, dann passen keine neuen mehr drauf. Also was könnte man machen, wenn ich weiter pushen will und der Stack schon voll ist? An der Stelle hier sagen wir einfach feste Kapazität und mehr geht dann nicht. Das ist aber dann formal keine richtige Implementierung von unserem abstrakten Datentyp. Die schummelt. Kann ich nur dann benutzen, wenn ich weiß, ich werde nie mehr als eine feste Anzahl Elemente auf dem Stack gleichzeitig haben. Klammer auf, da gibt es viele Anwendungen, wo das so ist. Und dann ist die Implementierung hier vielleicht gar nicht so doof. Klammer zu. Okay. Bevor wir dazu kommen, wie man das besser machen kann, noch ganz kurz den Bruder der Stacks, die Queues, oder die Schwester vielleicht eher. Also wenn ein Stack das letzte Element, was ich reinlege, als erstes wieder rausholt, ist es bei der Queue das älteste Element. Also ich kann mich hinten anstellen, werde aber vorn rausgelassen. Das heißt, ich habe die zwei Operationen in Queue für da hinten anhängen und die Queue für das erste Element vorne rausnehmen. Also eine Warteschlange auf Deutsch. Ich habe hier gar nicht mehr den Code genau draufgepackt, der ist ganz und gar analog zu den Stacks. Werden Sie in den Grundlagen auch gesehen haben. Nur als Begriff, manchmal ist es hilfreich, noch eine abstraktere Version von diesen beiden Abstract Data Types zu haben. Nämlich ein Bag, ein allgemeiner Behälter, in den ich Elemente reinpacken kann und irgendeins wieder rausbekomme. Keine Implementierung macht das hier bequemer, als wenn ich einen Stack oder eine Queue implementiere. Aber manchmal ist es hilfreich, für den Programmierer auszudrücken, mir ist die Reihenfolge egal. Das macht keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge die Elemente kommen. Und das ist einfach ein Kommunikationsmittel, mehr als ein Effizienzsteigerungsmittel. Also das Ziel ist da einfach nur zu sagen, das ist mein allgemeines Interface und ich komme mit allem zurecht. Mit jeder Reihenfolge, die du, der Implementierer, mir eben bietest. Und das ist das, was Collection genannt wird in den Standardbibliotheken. Das Insert hier, ich kann auch das gleiche Element mehrmals einfügen, das ist hier erlaubt. Vielen Dank.